hallo ihr lieben gamingfreunde und herzlich willkommen zu einer nagelneuen folge von das etwas andere fachro jetzt habe ich fast den falschen titel gesagt und wir haben jetzt hunde ja und ich hole mir jetzt auch noch welche zwei knochen habe ich das brauchen wir noch irgendwie ins ich habe auch noch drei gewissen okay hier so bitteschön habe ich die hinter hinter dir hingeworfen ich habe wieder die hunde irgendwie einmal finden so und die zwei sind deine genau da ist ein schwein das will ich jetzt nicht unbedingt mit das haustier haben bevor wir nachher weitergehen muss ich eben einmal noch was beraten das mache ich eigentlich jetzt hier mal so nebenbei obwohl ich ja ich habe gar keinen ofen nicht du musst beide haben da hast du recht ich habe sogar drei mal an die stelle ich hier gerade hier hin wir können noch mal ein bisschen essen abbraten 123 so nein es wird hell auch bitte nicht da ist noch eine spinne spinne komme er ja ich bin brauchen wir unbedingt für den bogen und du zombie du kannst weg gehen weil du bist echt voll unnötig du gibst ihnen gar nichts was ich irgendwie brauchen könnte ach niki wir müssen aufpassen wegen warum wegen warum weil hier leute jetzt gerade mit auf dem server gekommen sind oh das ist mir gar nicht aufgefallen das blöd da hinten ist eine kuh auf dem baum da ist eine kuh auf dem baum ich jetzt springe das habe ich nicht ich habe zwei dinge spinnenwebenteile ok das ist schon mal cool können wir uns einen bogen machen aber wo ist denn der andere wund jetzt hingegangen mensch da waren auch noch welche zwei der schwein zwei der schwein macht ich habe voll angst dass der eine da irgendwie und hier ist ein enderman irgendwo das wäre nicht schlecht oder drei creeper was ist denn da los ich habe doch gesagt das sind super alle auf einem haufen so zwei sind weg da ok drei sind weg wo ist er der der ender vielchen das weiß ich habe nur sein geräusch gehört gerade ach komm geh weg wo da hast du hast du jetzt schon wieder ich habe ihn ja ich habe eine ender perle bitte was hast du gefragt ein hund ne hund meine ich mich wohl leider nicht ich finde nicht die sind alle weg vorsicht lassen zombie links aber vorhin waren doch da fünf oder sechs hunde ist voll blöd natürlich gehen wir jetzt erstmal da schon drauf wie soll es auch anders sein okay sollen wir dann mal schauen jetzt wenn es wieder tag ist ob wir einfach rumlaufen zuckerrohr hunde ja ja genau also ich wollte jetzt hier wie gesagt was irgendwas wollte ich machen genau ich mache schon mal ein gott gold apfel ein gott apfel ein gott apfel jetzt habe ich schon mal ein gold apfel und irgendwas wollte ich noch machen am bogen ich weiß was ich machen wollte hast du ein ding ich habe ein ding warte so ein werk bei mir so nein so er beginnt ach ja jetzt weiß ich wieder was ich doch nicht wie geht denn noch mal ein bogen du brauchst hölzer und und dinger fäden strings ja und dann muss ich die anordnen gute frage warte mal du musst die 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 spinnen weben quasi untereinander glaube ich und die 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 hölzer so drei stück so das waren die hölzer die so so wie ein bogen in echt aussieht so ein bogen sehr cool so also wir könnten eigentlich jetzt gleich auch weiter ach so ich kann mir noch ein gold apfel machen die mache ich mir jetzt noch eben ach gold bist auch gerade dabei weiter zu machen okay ich werde mir mal ein ofen hier abbauen mich okay so wir haben hunde also wir könnten eigentlich das titan tv ich weiß nicht wie der equipped ist ob wir uns das trauen sollten dahin zu gehen der ist alleine ja ja ich weiß es nicht ich bin mir da auch ziemlich ziemlich unsicher ach komm wir waren jetzt einfach noch meinen auf angsthase die folge ach so machen wir noch einer ja okay wird zu bezwingen ich weiß nicht ich werde es nicht alleine entscheiden obwohl die japan kraft ist drauf ich glaube wir sind doch als team unterwegs okay so wie es schaut aus meine liebe wie wert bist du ich brauche noch also okay warte mal dass drei golds golds ich habe drei gold die die sind noch im ofen und also ich da noch rausholen quasi da hinten ist nämlich eine kuh die zerstöre ich schon mal die arme kuh die arme kuh brauchen wir leder aber zerstören das das war jetzt gerade ein bisschen blutrünstig ausgerückt ja ja tut leid zerstöre ich ja guck mal ich hab noch was zu essen für dich so was immerhin hast du noch platz im inventar danke für die öfen gar nicht okay warte mal für einen ofen habe ich dann noch platz wie gegen noch mal feile eisen also kann man ja ich stecken wie wie gegen eisen ja wie wie macht man denn noch mal ein pfeil pfeil brauchst du feder holz und und was war das noch dieses andere was du kriegst von 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 gravel feuerstein feuerstein genau scheiße habe ich gerade nicht okay wir können los von mir geht's weiter auch wenn wir irgendwo finden ich habe fünf knochen ja sehr schön das ist ein hase da hinten ist zuckerrohr oder es sind da hunde nee das sind deine schade das andere war ein schaf du solltest immer wenn du ein bisschen wenn du die richtung wechselst mal kurz beschrieben so ja ich gehe hier eigentlich gerade nur direkt am wasser lang um halt sogar zu suchen das können wir aber weiter so machen ja am wasser entlang ist eine gute idee für zuckerrohr wir hatten hier die ganzen bäume hin gepflanzt ja schlimm ist das ne ja gibt's doch nicht käme voll auf die nerven aber ich wir finden hier leider keine kühe und ich habe jetzt bisher nur ein leder leder habe ich auch eins das heißt wir könnten zwei bücher machen wahrscheinlich hier ist ein hund oh ja fünf knochen bitte bitte funktioniere einfach ja 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 ich habe jetzt im moment ein bisschen zuckerrohr 13 okay sind vier bücher er schon mal anfangen ja die einfach kämpfen wollen überlesen das einfach ja sehe ich nicht ich gucke jetzt nur darauf dass ich die hinterher kommen hier und der chat ist mir wurscht da ist noch ein zweiter hund gehört er nicht zu uns okay bitte bitte eins ja was hast du für ein glück da oben ist ein skelett da war zwar noch ein hund aber ich habe jetzt nur noch ein knochen und das funktioniert garantiert nicht oder ist ein ding ja stimmt ein ding ins gerett je zwei knochen warte ich gebe dir noch einen dann kannst du gleich den dritten hund dann machen ach so ich kann gerade nichts mehr aufnehmen da hinten war nämlich ein zweiter hinter meinem also meiner sitzt du musst du noch mal halt nicht sitzen mitkommen so ja auch noch ein zweiter hund ja wie geil sehr cool okay zwischendurch mal ein bisschen was futtern da unten ist noch einer niki ich habe leider gar keine knochen eigentlich noch noch mit glück das ist mir noch zwei okay welcher 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 mal dich ja was für glück wir haben jetzt drei wie geil ist das denn das ist gerade glück gewesen richtig geil soll es muss unser computer halt in zukunft ein bisschen mehr arbeiten okay und kommen wir da weg sag mal so tut sehr schön ich habe tatsächlich jetzt auf auf dem weg da wo wir jetzt die ganze zeit einfach nur so durch die gegend ding sind einfach mal voll viele level bekommen also sieben ja ist auch nicht so viel neun habe ich auch ja stimmt ja durch das ganze monster töten ja genau bist du da wieder im berghof ich gehe am wasser so wie sonst auch okay das ist immer noch der plan von uns brauchen wir ein kürbis nö ne kürbis nicht melone wäre besser ja eine melone zu finden das wäre schon echt gut für den trank zuckerrohr zuckerrohr ja das höre ich gerne das ist wie musik für meine ohren die schwimmen wir mal ein bisschen ja okay wir hätten uns natürlich boote machen können da hinten ist auch nun wie viele hunde wir haben hier voll so ein hundeplatz gefunden wie wir wahrscheinlich am ende alle beide 30 hunde haben und ja das wäre richtig cool ich suche jetzt eigentlich kühe das heißt wir müssten eigentlich mal zu irgendwie in flatland also ich hoffe ich hoffe du kommst mir hinterher weil über die bäume sieht man ja doch mal ein bisschen mehr da hinten ist mir nicht in flatland eine kleine freie stelle ja hallo hündchen oh wir haben ein pilz da hinten ok riesen pilze ah wir sind im schwarzeichen biome da sind auch gleich kühe nein eine kuh das andere sind schafe da hinten ist noch ein skelett gut aber pilze sind eigentlich eher also die brauchen wir jetzt nicht oh lol da ist ein creeper unterm baum ah ja da geh weg vorsicht der kommt zu dir hinter dir ok der ist weg ist tot bei den knochen hast du nicht aufgesammelt ich nämlich bin ist da unten noch wir müssen auch mal gucken dass wir den gravel finden also dass wir uns dinge sie machen können und vor dem bogen verzaubern vielleicht ohne kuh damit soll ich immer zusammenbleiben hier ist ein skelett noch ja mit einer schaufel in der hand hallo lass mal auf mich zu hauen ja verbrenne dann können wir das nächste mal nachher gucken dass wir die bücher verzaubern und einfach glück haben hoffentlich ja die bücher verzaubern und vor allem auch meinen bogen verzaubern vielleicht auch feuer ach schon oh lol guck mal wir sind hier am ende ja ich sehe es die border ist da aber hier gibt es so viele skelette gerade das ist voll cool ich habe schon wieder vier knochen es wird dunkel wieder ich glaube wir könnten mal auf ein flatland gehen ok da sehen wir wenigstens was uns da erwartet oder wir können uns jetzt einbundelung mit zaubern mal das ist auch eine gute idee ich baue mich mal hier obwohl da hinten ist so eine schöne höhle also ich habe neun level doch keine schöne höhle ja gut oh ich habe einen hund gefüttert mit fleisch das wollte ich jetzt eigentlich nicht aber okay passt du auch dass hier kein vieles ja ich habe keine schaufel okay niki du kannst hinterher kommen boah da hinten stehen vier skelette ach du scheiße okay aber unsere hunde müssen eigentlich auch hinterher kommen ja ja ich hoffe doch ja weil die kommt nicht hinterher scheiße obwohl doch aber nicht alle wir müssen erst ein bisschen größer hier ausgraben ja für unsere wauwaus und ich sammle mal ein bisschen erde dass ich oben zumachen kann aber was mache ich denn jetzt wieder weg ich habe erde ja ich habe nur keinen platz frei das ist jetzt das problem wir sind zwar du hier unten zu zu du meinst weiter oder also setzt du fackelt ja mache ich haben wir jetzt alle hunde mit weil es sind nur drei ja die anderen sind wahrscheinlich oben aber irgendwie passiert denen nichts ich glaube nicht so ich denke wir können auch hier stehen bleiben oder so einmal zaubertisch denn ein eisen hier schmeiß ich mal mein müll gerade mal rein hier ist ich schon wieder hier aufgesammelt habe das war ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich mich okay ich habe gerade überlegen dass die hunde da oben nicht wochen weil die normalerweise ja immer versuchen dann die 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 viecher anzugreifen so mal gucken ob ich mein bogengut verzaubert bekomme stärke oder haltbarkeit stärke ich habe auch stärke 1 da ich habe nichts mehr anderes also ich muss mal jetzt rückgucken kein level mehr sonst hätte ich schärfe fünf rückstoß 1 schwert okay so ach so wir können jetzt erstmal bücher machen magst du bücher machen soll ich bücher machen plupp und plupp äh wie gegen bücher nochmal also du musst erst das zuckerrohr drei nebeneinander legen dass du drei seiten kriegst und dann drei seiten und ein leder zusammen ich werfe dir noch mal meine sachen zu ja ich mache mal ein paar seiten jetzt haben wir schon zwölf seiten mensch ja drei braucht man für ein buch hast du noch ja ok also wir haben jetzt sechs bücher ok also ich habe keine level mehr ich weiß immer alle bücher entgegen schutz schutz jawohl perfekt schutz 1 das ist natürlich gut jetzt für unsere ähm klamotten denn später ne ja hab ich denn hier hab ich noch was ist nicht effizienz brauchen wir nicht ich muss mir jetzt ganz viele unnötige sachen gerade mal craften dann dass ich dann die bücher verzaubern kann ja also ein hund warum kann ich nicht auf den anboss zugreifen weil der hund wahrscheinlich genau davor steht so ich gucke jetzt gerade mal wie viel level das kostet dann schutz 2 auf die rüstung drauf zu hauen theoretisch sehr wichtig aus ah das kostet nur zwei erfahrungskosten perfekt ok aber das mache ich jetzt mit dem fahnestand ach so andersrum ach ich habe keine ich habe keine erfahrung also kein nix mehr level mehr scheiße ach komm schon sei nett jetzt bitte effizienz stärke mit zwei leveln ah ich brauche auch level mal ein bisschen hier rumgraben ob wir irgendwie vielleicht eisen oder irgendwas äh nicht eisen ach da hast du dein zeugchen geworfen warte mal das habe ich jetzt gerade so gemacht ja ja mal gucken weil ich war unbedingt level sonst kommen die ja gar nicht mehr weiter oder ja das wäre redstone finden wir irgendwas also ich habe schon mal kohle ich bringe wenigstens ein bisschen erfahr womit auf was hast du jetzt buch verzaubert bekommen ich hatte schutz gehabt und habe das jetzt auf den harnisch drauf wenn ich jetzt wieder schutz kriege weil das andere hatte das dann gebe ich das grad dir dann kannst du deins auch auf schutz 2 machen ok wäre cool wenn du mir gleich mal ein buch geben würdest weil ich habe ja alle hingeschmissen ja warte ich komme wieder nach oben ach so nikki ähm hm ich verzauber jetzt den einmal fix mein buch und dann können wir die folge eigentlich schon wieder zumachen äh ausmachen oh oh gott wir haben schon viel zu lange aufgenommen ah voll lauter hier voll konzentriert ok buch da rein das da hin stärke könntest du auf dein schwert machen also schutz wäre halt besser wegen der rüstung das brauchen wir eigentlich dringender das ist das problem ja aber gut stärke könntest du auch bis du halt dein schwert auf stärke 5 hast theoretisch oder ne stärke ist bogen stärke ist bogen da kannst du deinen bogen mit verzaubern dass der stärker wird gut dann machen wir das mal eben einmal ja wenn man erstmal so hier die ganze zeit damit dabei ist also jetzt habe ich echt die zeit total übersehen total auf jeden Fall auf jeden Fall und schärfe oh ja oder wollen wir jetzt mal ne lange Folge machen weiß ich nicht weil jetzt die 950 das bringt ja dann überhaupt nichts ja stimmt auch wieder ehrlich gut dann machen wir halt ne XL Folge diesmal draus von mir aus gerne jetzt regnet es draußen ok ich will ja immer wieder zwischendurch mal gucken ich brauche unbedingt irgendwie Level Redstone oder Kohle eigentlich haben wir doch immer Kohle gefunden oder? ja jetzt erwarte ich mehr manu das ist richtig nervig wir wollen jetzt gerade noch was suchen total total ich brauche Level oder so ein Zombiespawner wäre jetzt so geil ja wir wollen ja eigentlich auch ein Nether rein davon abgesehen stimmt aber egal machen wir in der nächsten Folge genau ich bin mal gespannt ob da dann schon jemand drinnen war ob da schon viel abgegrast ist dann ja ist ja natürlich sehr cool jetzt wirklich da irgendwas tolles zu finden alleine im Nether da kriegen wir übrigens Felix P durch ähm oder sollen wir hin oder sollen wir hin aber da werden wahrscheinlich die anderen jetzt sein gell? ja meinst du das kriegen wir noch hin? wenn wir jetzt gerade verzaubern wollen in 8 Minuten 45 ich weiß nicht einfach nur in den Nether reingehen äh in den Nether reingehen ja ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht wo wir jetzt sind die Koordinaten und alles stimmt ist das denn 0 0 0? da wo der Nether ist? ich glaube 600 und 400 oder 0 0 0 jetzt die Koordinaten äh das müssten wir halt wissen ja da müssen wir glaube ich vorher nochmal gucken ich glaube ich habe eine Höhle gefunden was ist das hier? wo ist das? ah ich habe jede Menge Gravel gefunden ok bau mal ab wegenweilpfeile 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 aber ah scheiße ich habe keine Schaufel ja du kriegst ja trotzdem was so da mache ich jetzt mal hier so ein bisschen Gravel wieder hin ach ich brauche unbedingt Dings mit Verbrennung aber das kriegen wir wahrscheinlich so was kriegen wir nur mit Bücherregalen oder? ne das geht auch so aber ich habe mal im Internet geschaut du musst äh mindestens 10 Level haben damit die Chance gut ist dass du wirklich Verbrennung kriegst auf dem Buch oder auf die Dings direkt ok die Waffe ich töte jetzt hier einfach mal alles das können wir dann im Nether machen ach so warte mal ich laufe hier irgendwie zu weit ja nicht zu weit wir haben noch 3 Minuten 17 hä wo war denn noch mal unsere Hütte da oben ist schon ach so doch das ist jetzt der Tisch ok alles klar wie ich einfach mal hier Mobskiller um irgendwelche Level zu kriegen also ich habe 4 Level jetzt so ja noch 3 Minuten oh lol voll ein übelst equiptes äh Skelett hier wait hä wie gehen denn jetzt noch mal Pfeile also ok ja wie war das dann nochmal gleich ja die Reihenfolge die ist mir immer flyerhaft da probiere ich immer ein bisschen rum so ich habe 63 Pfeile ok super magst du mir bestimmt auch gleich welche abgeben ne ich weiß nicht ich muss mir nochmal überlegen ach ja 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 so jetzt habe ich 6 Level kommen wir nochmal nach unten was mir aufgefallen ist ähm die unsere Hunde können durch einen Block gehen verstehst du wie meinst du das die können durch einen Block so lang gehen also Monster können das ja nicht aber die überhaupt nicht können das also falsch hast du oben wieder zugemacht Stärke ja Schusssicher nein Stärke 1 Schusssicher wäre auch nicht schlecht wenn wir da ein Buch hätten und das auf die Rüstung also auf den Hanisch drauf machen würden wegen der Pfeile dann ist die gegen das auch noch gerüstet also schlecht ist es nicht äh Diamantschutz 1 das dann habe ich hä? jetzt habe ich so viel Holz abgebaut habe aber keine Holz mehr das gibt es nicht jetzt habe ich nur Schutz drauf obwohl ich ein Buch mit Schutz sicher hatte 1 Minute 24 was hast du jetzt? nur Schutz trotzdem drauf auf dem Diamant Brustpanzer warum Schusssicher jetzt nicht ging gute Frage wollen wir uns vorsichtshalber gleich noch weiter bisschen nach unten bauen oder? können wir machen warte mal ich mache jetzt noch hier ähm das da und das da und da ok so ja noch eine Minute Spielzeit Niki ok dann bauen wir ab würde ich sagen oder? ja ok ok ich baue jetzt extra mal hier einfach so runter Cleanstone haben wir zufälligerweise gerade nicht, ne? mhm nein ok 31 Sekunden äh hier baue ich dann einmal kurz was größeres kommst du runter? ich komme runter ich habe jetzt gerade noch Fackeln gemacht dass wir hier nach eine Fackel hin tun können ok gut das heißt das haben wir schon mal äh ja das ist eine sehr gute Idee na gut meine Lieben das heißt ja mal eine etwas längere Folge puh und eine sehr angespannte Folge das tut mir sehr leid ich habe wenig gesprochen aber ich war irgendwie extrem angespannt habe viel nachgedacht ja das glaube ich oh nein schon raus wir sind draußen ok na gut mal gucken was wir nächste Folge machen werden genau lassen wir uns überraschen langsam geht es ja wirklich los dass wir uns nur komplett equipen und nicht mehr so wirklich uns um Farmen kümmern richtig genau und dann gehen wir auch irgendwann bald in den Kampf oder erstmal in Neta und dann in den Kampf genau denke ich auch gut dann verabschiede ich mich ich mich auch tschüss und bis zum nächsten Mal bye bye tschuuu